. 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 Ich war schon angedenkt, dass es um Themen wie Workshops, den ganzen Gesundheitsbereich, Bewegung, Ernährung, Entspannung, also genau die Themen, die mich auch bewegen, geplant sind. Dass ich jetzt wirklich mein Büro auf diesem Platz habe, seit zwei Jahren, das ist schon wieder typisch für meine Zielaffinität, dass ich mir das in den Kopf gesetzt habe und jetzt ist es so. Der Hotel Gast, der gerne kommt, kann bei mir eine Session buchen. Ich mache auch so Nachmittagen, um ein Thema oder ein Techniker zu lernen, sei das zu visualisieren oder zu entspannen. Es ist ebenfalls möglich, vielleicht ein Thema anzuschauen, das man hat, und nach dem kommt man dann wieder zurück. Man findet man auch, da will ich tiefer drin gehen. Für Gruppen, die Seminarräumlichkeit brauchen, kann man mich als Referentin zu x Themen buchen. Dort ist immer Le Fille Rouge, das ist der Sport, meine Sportkarriere. Die Einsicht in eine andere Welt, die man nicht so kennt. Perspektivenwechsel bringt immer Bewegung. Ciao, Lavia. Ciao. Gute Reise gehabt? Ja, super. Sind wir als Klassen? Super. Schöne, meine Frau. Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute ziemlich genau wissen, was sie nicht mehr wollen. Aber wenn ich frage, was willst du hier? Dann hast du mal Ruhe. Sie gibt nicht die Gefahr im Coaching-Empfinden von mir. Das sei die Kundin oder der Kunde. Ich arbeite dort viel im 3D, sage ich immer. Ich bin nicht jemand, der nur drinnen arbeitet. Ich nehme die Kunden sehr gerne raus. Letztens hatte ich eine Kundin, die zwei Tage hier war. Und sie ging und sagte, das war jetzt besser als solche Wochenferien. Bei mir ging es sehr viel. Es hat sehr viel bewegt. Ich wollte wirklich einen Standpunkt wechseln. Die Kombination meiner Arbeit und der Ort ist super. Der Ort ist in die Ferien gegangen. Und die Arbeit wird mir etwas anstrengend. Was ist das? Da wäre es super. Das ist ja so. Das ist ja das respecto. Ihr seht ihr in der Rückseite? Es bin nur unternehmen.